Dann gehöre ich einen über den Durst getrunken. Der Autofahrer mit der Kamera sieht sich das Schauspiel eine Weile amüsiert an. Dann drückt er kräftig auf die Hupe. Vor Schreck kommen die benebelten Rollerfahrer von der Straße ab. Glücklicherweise landen sie im weichen Gras. Der Autofahrer hat durch seine Hupe zwar diesen Unfall verursacht, aber möglicherweise hat er damit auch ein schlimmeres Unglück verhindert. Das war's.